So ihr kleinen Profifußballer, morgen ist das Spiel gegen Barcelona in der Champions League und ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen das Gretschen perfektionieren. Ihr müsst deren Beine mit Absicht wegknüppeln, aber so, dass der Schiri nichts sieht. Das geht doch gar nicht. Das ist doch unsportliches Verhalten. Du brauchst morgen gar nicht zum Spiel zu kommen. Ich packe dich gar nicht in den Kader. Okay? Ziii! Sehr gut. Nimmt euch ein Beispiel an Ronaldo-Abe. Jetzt einmal gut zuhören, wir gehen den Kader für morgen durch. Also, im Tor haben wir Ter Stegen. Ganz normal. In der Abwehr haben wir Alexander-Arnold, Emre Can, Van Dijk und Shaw. Okay? Im Mittelfeld haben wir dann Eriksen, Bela Rabi und Kimmich. Und zum Schluss haben wir dann noch Neymar, Haaland und Messi im Sturm. Habt ihr Fragen? Was haben sie da jetzt gerade erzählt? Was ist denn das für ein Team? Oh! Ups! Da ist euer Kader. Das war mein Fehler. Der andere Kader war der von meinem FIFA Ultimate Team. Sorry.